Ja, irgendwie ist das doch ziemlich verrückt hier. Die ganze linke Seite, wenn man von der Schanze auf die Kommentatorenkabinen schaut, die ist büster, die ist schwarz und alles, was rechts davon ist, das hat Stroh. So, naja, das könnte es, das könnte es jetzt. Ja, der nächste Sturz, der nächste Sturz. Ei, 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 ei. Und die Sanitäter, gebranntes Kind, scheut das Feuer. Die Sanitäter sind sofort da, die stehen an dieser gefährlichen Stelle und jetzt mag ich gar nicht hinschauen. Jetzt mag ich gar nicht hinschauen, denn der Springer, Pharrell, der...